Ich habe dieses Model Y genommen, um rauszufinden, wie weit es tatsächlich im Winter fahren kann. Dafür brauche ich so einen Supercharger, ein bisschen Kaffee, 100% State of Charge und einen Weihnachtsmarkt in Straßburg, weil ich noch nie dort war. Ich musste ungefähr 140 Kilometer auf der Autobahn fahren. Ich bin eine gute Strecke nur mit dem Autopiloten mit 130 kmh gefahren und eine gute Strecke über 170 kmh, wo es erlaubt war. Ich war nur etwas mehr als eine Stunde unterwegs, dass ich nicht einmal bemerkt habe, wie ich in Frankreich gelandet bin. Als ich mein Ziel erreichte, war ich wirklich überrascht. Denn fast 2 Tonnen 300 PS starkes Auto hat nur die Hälfte der Ladung verbraucht. Und das hat mich genau so viel gekostet.